Moin Leute, was geht? Dizmo und Stripe kommen nächste Woche Dienstag mit dem nächsten Multiversus Patch. Moin, ich hoffe euch geht's gut. Schaut gerne mit mir zusammen den neuen Trailer an. Nicht vergessen, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade live auf Twitch. Schaut gerne schnell vorbei, wenn ihr Bock habt darüber zu diskutieren. Let's go! Ja, Multiversus hat einen neuen Trailer veröffentlicht, wo offiziell angekündigt wurde, dass nächsten Dienstag etwas Besonderes auf uns zukommt. Schauen wir doch mal rein. Ja, und wenn wir uns diesen Trailer nochmal genau anschauen, sehen wir ganz klar, dass hier auf jeden Fall Stripe vorbei huscht, ganz schnell. Also, das ist ja nun wirklich eindeutig. Ich bin sehr überrascht, dass die Characters vorgezogen werden. Ich habe ehrlich damit gerechnet, dass Rick zuerst kommt, wegen der neuen Season. Aber nein, wir bekommen Stripe bzw. Gizmo als neuen Character im Multiversus nächste Woche Dienstag. Ich bin sehr gespannt auf das Update. Das wird wieder richtig, richtig cool. Und man sieht ja dann auch, wenn man ein bisschen zurückgeht, dass Gizmo da so ein wenig aus der Kiste rausguckt. Also, Freunde, freuen wir uns auf das nächste große Update nächste Woche Dienstag. Ich bin sehr gehypt. Aber es gibt noch eine Neuerung, die ich euch zeigen möchte. Und zwar haben sie die Patch Notes visuell überarbeitet. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt viel schicker aufgebaut. Die ganzen Patch Notes, welche Perks sogar mit Bildern, welche verändert wurden. Plus sogar mit Bildern der Charaktere, mit neuen Zeichen und so weiter. Also, ich muss schon sagen, die Entwickler machen sich echt viel Mühe. Jetzt hat man auf einen Blick sogar noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das alles besser einzusehen. Weil, wie ihr sehen könnt, früher war das eher so und ich fand schon ehrlich gesagt das eher ein bisschen unübersichtlich. Aber mit den schicken Bildern dazu, was gebufft, genervt oder verändert wurde, finde ich schon echt gut. Also, jetzt nochmal besser und schmackhafter. Gehen wir das nächste Mal in die Patch Notes rein, wenn dann neue rauskommen. Ich hoffe, euch hat mal ein kleines Video gefallen. Wir sehen uns dann live auf Twitch. Nicht vergessen, Leute, ich bin regelmäßig live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video oder live auf Twitch. Bis dann, Leute, haut rein. Euer André oder auch Xerox. Ciao. Euer André oder auch Xerox.